Wawa. Wawa. Ja. Wawa. Wärmer. Wawa. Deine Gin-Nin-Nin-Niss müssen noch lauter sein. Gin-Nin-Nin-Nin. Und damit zurück bei Für Nüsse, dem einzigen Podcast, der negativen Feinstaub erzeugt. Wir sind sowas wie der Feinstaubsauger für die Ohren. Negativ? Mhm. Gibt es auch positiven Feinstaub? Anti-Feinstaub. Achso. Nein, negativ im Sinne von, wir neutralisieren den Feinstaub. Achso. In euren Ohren. Also ihr könnt den ganzen Tag draußen an der Kreuzung stehen, hört für Nüsse. Und ihr werdet Ohren haben wie ein junger Gott. Wie viele Bonds hast du jetzt in deinem Portemonnaie? Ich habe dieses Jahr noch gar keinen bekommen. Was? Nee, ich habe noch keinen erhalten. Ich habe auch noch nicht viel gemacht, aber es war auch nicht so, als ob mich irgendjemand gefragt hätte, willst du einen Bon haben für deinen Large Dildo Anal Penetrator? Ja gut, da kriegst du ja eher so einen Stempel auf deiner Kundenkarte. Ja, das stimmt, ja. Ja, die habe ich auch digital bezahlt. Ja. Ihre Scan. Ja, nee, aber mich hat es persönlich noch nicht betroffen. Ich habe das letzte Mal mitbekommen, wie so ein älteres Pärchen, er sich aufregte, was für ein dummer Scheiß und sie, ja, ist dann halt so. Muss man sich jetzt auch nicht drüber aufregeln. Wo ich dachte, ja, genau das ist es ja. Das ist das Beste, was Regierung halt haben kann. Ja. So ein einfach nur schlucken, weitermachen. Ja, ich meine, bei vielen positiven Veränderungen wie dem Plastiktütenverbot, da gehen die Leute ja auf die Barrikaden. Mhm. Oder jetzt diese WDR-Umweltsau-Geschichte. Das habe ich nicht mitgekriegt, erklär mal. Gott. Da war ich komplett raus. Dieses komische, also dieses, das ist halt so dumm, wie kann man so, also erstens, es ist auf dem WDR, also es lief schon mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Naja, Köln und Co. haben es gesehen. Ja, die 10.000 Leute vielleicht. Wie viele Leute gucken denn WDR? Wieso WDR? WDR ist doch im größten Einzugsbereich Deutschlands eigentlich. Ja, aber wie viele Leute gucken denn öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den regionalen Spartensendern zu irgendeiner Sendezeit? Die Region ab 50? Ich muss sagen, es entspannt mich, also wenn ich es schaue, schon tierisch, wenn ich halt irgendwelche Regionalfernsehen, weil es geht dann glücklicherweise immer nur um Killefick, so um nichts Wichtiges. Da ist dann halt irgendwie Bauer Erkenschwick da und sagt von wegen, ja, ich habe hier einfach mal meine Plantage, die Bäume nicht begradigt, komme im Traktor nicht durch, aber ist besser für Umwelt. Super geile Geschichte, denkst du, cool, lokal ein bisschen was verändern, aber da gibt es halt keinen Lacher und keinen Magenschmerz danach und das finde ich dann voll gut. Also klar, Lacher kann es geben, aber dass nicht denkst du mir, oh fuck, schon wieder irgendwas, was die Welt halt weiter kotzen lässt, so. Naja, also das war, nicht drüber nachdenken, ganz anderes Projekt. Das bist aber auch du. Und da warst du Conchita Wurst auf Indianisch. Ja. Cool. Und das heißt, wie baue ich mir heute meinen Mohawk-Tundenfreund? Nein, das ist super. Dortmund lacht auch. Ich darf wieder beobachten, wie live wird was geschnitten oder ist das schon ausgestrahlt? Das ist, das ist schon ausgestrahlt. Oh, das kann man schon sehen? Ja. Auf Litchi dot, nee, wie heißt das? Ja, Litchi auf einfach, einfach eingeben, Little Mermaid Parody, dann kommt er auf den richtigen Kanal. Oder. Ja. Ich bin so fasziniert. Soll ich es dir auf dem iPad anmachen, dass du wie so ein Kind mit dem iPad dich beschäftigen kannst, Conchita. Ach, du performst auch. Ist ja geil. Bisschen siehst du aus jetzt wie. Dortmund schämt sich auch ein bisschen, dass er mit mir zusammen ist gerade. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob sie uns hören kann. Sie lacht immer so, als ob sie uns hören kann. Wenn sich die Gesichtsfarbe verändert, das ist dann der Stolz, sie in ihr Gesicht schießt. Das sage ich ihr bei den Würgespielchen auch immer. Ich laufen könnte, würde ich jetzt laufen. Ist das spät. Jedenfalls. Kennst du den Song, die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad? Das war der Song, den der Kinderchor gesungen hat. Die ist ja schon ein paar Tage älter. Ja, und dann war es irgendwie, die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, die Oma fährt ein SUV, die Oma ist eine Umweltsau. So. Darauf wurde reagiert. Ja. Also Mörder Shitstorm reagiert. Ja. Und da haben sich dann auch so. So AfDler und Co. Drangehängt oder was? Naja, also ich meine, die, oh Gott, also die größte, die größte Pointe war natürlich dessen, ja, da haben sich halt ganz viele Rechte gegengestellt. Da sieht man mal wieder, wie der ganze linksgrün versiffte öffentlich-rechtliche Rundfunk, was der macht, was der mit seinen ganz krassen Lügen behauptet. Und der WDR hat sich dann halt öffentlich wirksam bei allen Rechten entschuldigt, die sich darüber aufgeregt haben. Aber was soll man sich überhaupt bei Rechten entschuldigen? Und die geile Sache war, der zuständige Redakteur hat natürlich en masse Morddrohungen erhalten dafür. Aber rat mal, was der WDR da gemacht hat. Da hat der WDR gesagt, wow, 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 wow. Wow, also bevor ihr Morddrohungen schickt, der ist kein Redakteur, der ist freier Mitarbeiter. Den auch noch aufs freie Feld gestellt, um dem Pöbel zu zeigen, welche Richtung die Gabel zeigen soll. Das ist ja nice. Und der wohnt gar nicht direkt in Köln, der wohnt nämlich in Düsseldorf in der Brameneierstraße 34, zweites, okay, Richtung Innenhof raus. Ja, 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 ja. Also das ist eine ziemlich gute Haltung vom WDR. Ja, ich verstehe schon, warum Leute halt immer sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist zu weit links, ja. Also viel weiter links, als es zum Beispiel in Goebbels wäre. Ja, das stimmt. Alter, finde. Krass. Ja, ich meine, ich habe mich auch schon gefragt, wie ernst muss man denn so, also gewisserweise wahrscheinlich schon, aber wie ernst muss, oder wie reagiert man mit Morddrohungen dann? Ich, also, es gibt, ich habe, es war jetzt halt auch thematisiert, es kommt halt echt auf den, auf die Schwere an. Es gab einen vom Bayerischen Rundfunk, der einen ähnlichen Fall hatte. Also der hat, ich glaube, der war verantwortlich für eine Doku über Reichsbürger oder sowas. Ich habe den Artikel leider nur überflogen, deswegen kann ich es nur ganz schlecht wiedergeben. Und hat seitdem Morddrohungen erhalten. Und der Bayerische Rundfunk hat auch mal gesagt, du bist aber nur halbfreier Mitarbeiter, deswegen können wir dir keinen Rechtsschutz geben. Tja, Entschuldigung. Und hat er doch alles daran getan, sich von dem Mitarbeiter zu distanzieren. Und da war das wohl halt alles ziemlich ernst. Bei vielen so seichten Sachen, sage ich jetzt mal, die die Leute auf Twitter bekommen. Die bloggen das einfach. Und einer meinte, du kannst es, also der meinte, das ist halt, du musst gar nicht jeden Einzelnen bloggen. Du kannst, es gibt diesen Weltautoren, ich glaube, er schreibt für die Welt, Don Alfonso, heißt er auf Twitter. Ich weiß gerade nicht, wie der in Wirklichkeit heißt, der ist auf jeden Fall auch so ein absolut rechtser Schwachmat. Und er meinte, du musst einfach alle Accounts bloggen, die ihm folgen. Dann bleiben dir schon 90 Prozent der Morddrohungen erspart. Du musst dir halt so die Leute raussuchen. Er, Erika Steinbach, Hans-Georg Maaßen, etc. Wenn du alle Blogs, die denen folgen, dann bist du schon in einem relativ sicheren, also verbal sicheren Umfeld zumindest. Aber in dem Fall des freien Mitarbeiters, des WDR, das möchte ich auch nochmal klarstellen, der ist nicht Redakteur, der ist freie Mitarbeiter, war das natürlich der, also der hat auch welche per E-Mail erhalten und so. Und die haben es, das ging halt super schnell. Und wie gesagt, halt wegen dieses banalen Scheiß, also für nichts, für nichts, tja. Was sich Höcke und Storch und sowas schon alles erlaubt haben, mit irgendwie Abknallen an der Grenze und blub. Ja, vor allem auch, also ich finde da geil auch diese ganzen, wir sind gut bürgerliche Leute, ja. Also hier sagen die Oma ist eine Umweltsau, das geht nicht. Natürlich, aber wir werden mal schön die Rente besteuern, damit Erbschaften steuerfrei bleiben. Also das ist wieder völlig in Ordnung, die Leute in die Altersarmut zu stürzen, für nichts. Aber natürlich Umweltsau sagen, das geht nicht. Also auch wie Leute auch in den sozialen Medien darüber reden, also wie du halt, ja. Krass. Ja, also, ja, ne, also da hast du echt was verpasst mit der ganzen Umweltsau-Debatte. Es ist, zum Glück flacht es jetzt langsam so ein bisschen ab. Es bleibt natürlich der üble Nachgeschmack, dass der WDR sich den rechten Kritikern einfach widerstandslos ergibt. Mhm. Total. Also, ähm. Ich meine, wie reagiert er auf solche Kritik? Oder muss er die ausblenden? Gar nicht. Ja, also da ist, da gibt's halt, das wird dann halt reflektiert und so, nee, das waren jetzt keine Rechten, das waren, wir haben ganz viele Anrufe von Senioren bekommen. Gut, die sind ja nicht recht, das sind Senioren. Und es ist jetzt auch keine rechte Demo vom WDR, das sind halt, das sind Bürger aus unserer Mitte. Ja. Die also wirklich den vor dem WDR demonstrieren, was auch eskaliert ist, also die Polizei musste doch eingreifen. Und das muss bei einer rechten Demo ja wirklich eskalieren, bis da die Polizei eingreift. In weiteren Nachrichten in Connewitz, das war der Ort, wo es um linke Polizeigewalt ging. Ja, das habe ich mitgekriegt, wo jemand den Helm abgerissen wurde, ne? Er wurde leicht am Ohr verletzt, ja. Ja, aber der Helm wurde abgerissen und dann am Ohr und dann wurde jetzt wegen versuchter Tötung, ne? Ja, es ist auch, es ging auch sofort, er musste noch in der Nacht notoperiert werden und auch alle klargestellt haben, er wurde leicht am Ohr verletzt und lokal behandelt. Ja, gut, aber es sind keine Rechten, da muss man die ja nicht so schützen. Ja, und es war auch, der Artikel am nächsten Tag in der BILD war, Polizei warnt von neuer RAF. Alter. Welche Zeitung war das? BILD. Ja, okay. Also wo auch dann, waren halt den ganzen Tag nur noch alle mit beschäftigt, klarzustellen, das war eigentlich die Polizei, es war irgendein Parteisprecher, der auch nichts damit zu tun hat. In Connewitz stehen auch gerade Wahlen an. Ja. Und da hat die CDU großflächlich Pakate mit Sicherheit drauf, mit ihrem Abgeordneten und die CDU nennt sich dann nicht mehr CDU, sondern Union Connewitz oder Union Leipzig oder so. Auch mit einem anderen Logo. Au. Das ist schon, also politisch einwandfreie Entwicklungen, würde man so sagen. Würde man so sagen, ja. Was ich jetzt auch mitgekriegt habe, was sich in diesem Jahr jetzt geändert hat, falls dein Arbeitgeber dir ein Fahrrad stellt, musst du den Privatanteil der Nutzung nicht mehr versteuern. Um jetzt mal einfach mal so eine dumme andere Info reinzunehmen. Das ist halt auch, es ist halt einfach immer noch viel zu lukrativ für Leute Auto zu fahren. Also du wirst dir steuerlich ermutigt dazu, Auto zu fahren. Ja. Also ohne Wenn und Aber wird dir da halt jeder Kilometer erstattet und du bekommst halt fürs Fahrtenbuch eine fette Erstattung und das Pendeln wird dir erleichtert, wenn du es mit einem Auto machst, als wenn du es mit anderen Verkehrsmitteln machst. Es wurden jetzt halt auch ein paar, da gibt es natürlich auch wieder Verkehrsdinger, die sich geändert haben. Unter anderem habe ich irgendwie im Hinterkopf gehabt, es war zum Beispiel erlaubt auf dem, wenn halt so ein Fahrradweg auf der Straße mit so gestrichelten Markierungen an der Seite so markiert ist, dann konnte man da dennoch sich als Auto hinstellen, also zum Halten. Ja. Wenn man zum Be- und Anladen, nicht länger als drei Minuten, bla bla. Das ist jetzt auch komplett verboten. Nicht länger als drei Stunden, hast du gesagt? Genau. Ich bin ja Kurierfahrer. Ja und das ist jetzt auch komplett verboten. Also wenn du da auch nur kurz hältst und sowas, dann kann das schon richtig Geld kosten. Das ist halt auch einfach so eine Gefahr für den ganzen Verkehr, wenn Leute da halten auf dem Streifen. Also du musst ja dann als Radfahrer jedes Mal ausschwenken auf die Fahrbahn, was halt auf einigen Straßen auch einfach illusionär ist, dass du da, also auf der Scarlet, das ist halt häufiger so, also die von Kreuzberg nach Friedrichshain führt, da parken ja ständig irgendwelche Leute und das ist, da kannst du mal auf die Fahrbahn schwenken, wo Leute mit 50, 60, langheizen und dann zur Rushhour wollen sie alle nach Hause. Also viel Erfolg. Aber das kann jetzt richtig Geld kosten, irgendwie bis 200 Euro und zwei Punkte in Flensburg und sowas. Ja. Und was ich irgendwie mitgekriegt habe, wo ich dachte, ja, jetzt zum Beispiel, wenn du keine Rettungsgasse mehr machst, dann wird das ähnlich, dann wird das ähnlich bestraft. Wo du denkst, wow, okay, da geht's, klar, also das kann halt auch, aber du denkst, krass. Und was jetzt halt auch härter in Strafe gelegt ist halt, wenn du halt den Rettungswagen folgst, weil es gibt wohl immer noch genug Spinner, die, wenn halt eine Rettungsgasse gebildet ist und dann halt der Peterwagen, der durchheizt, dass du sich dann denkst, alles klar, die nehmen wir mit, dann kommen wir schneller durch. Und da kannst du halt sofort ein Fahrverbot und sowas kriegen. Dem Rettungswagen folgen. Eventuell dann halt genauso schnell fahren und wenn du dann abrupt abbremst, weil dann weiß, wie der ist ja keiner. Ich irritiere den ja nur, wenn ich langsamer fahre. Dann halte ich auch den Verkehr hinter mir auf. Ja, weil wenn es wieder losgeht, stehe ich ja direkt vor meinem Hintermann. Dem Rettungswagen folgen. Ja, das ist jetzt auch, ja. Und früher war es ja noch, ich habe ja noch gelernt, am Scheitelpunkt der Kurve bis fünf Meter in die Straße rein darf nicht geparkt werden, damit halt ein bisschen Sicht ist, dass es jetzt bis acht Meter geht. Aber. Echt? Ja. Also bis fünf Meter hat sich ja schon keiner drin gehalten. Genau, wollte ich gerade sagen, in Großstädten ist das halt so lustig, weil du musst halt einfach nur hier rausgehen und mal zur Lampe gehen und dann kannst du die ganze Zeit, also. Also acht Meter sind ja zwei volle Parkplätze und ein Stück. Genau. Ja. Es geht halt darum, dass halt, die wollen halt wehmentiert diese LKW-Tötung durch, also Fahrradfahrer, die durch LKWs und sowas gemacht haben und LKWs ab, also über dreieinhalb Tonnen oder sowas und auch eine Länge ab acht Meter oder keine Ahnung, die müssen einen Abbiegeassistenten jetzt haben. Okay. Ich denke, hallo, wir haben so viele internationale Transportgüter auf den Straßen hier, die kommen doch dann nicht aus sonst was, beziehungsweise auch die deutschen Kleinen und Transporter daneben, die eh immer am Kämpfen sind. Die werden jetzt auch nicht alles klar, dann wird jetzt jede einzelne Karre noch aus. Klar, die Sachen sind super und die bremsten auch sofort ab, wenn da was ist und so. Aber das macht ja keiner. Also die Sache ist ja, diese ganzen neuen Gebote oder Verbote, da muss ja jemand erstmal sein, der das kontrolliert. Deswegen glaube ich mal nicht, dass wenn du hier in die Lampe oder ins Royal gehst, dass jemand dir einen Bon anbietet oder da irgendwo ein Bon automatisch überhaupt steht. Also das wird überhaupt gar nicht existiert. Wie gesagt, das ist ja auch, also einfach nur, also Blödsinn, weil wie viele von den Bons werden weggeschmissen, in der Regel wahrscheinlich 90 Prozent. Ja. Also ich meine, das ist ja jetzt, du bekommst ja auch einen Bon, wenn du danach fragst. Ja, genau. Das ist ja auch kein Problem, da hat sich ja auch noch niemand. Und wie du gemeint hast, von wegen 1.550 Euro brauchst du halt dann irgendwie. Eine Bewirtungsquittung, ja. Und alle immer von denen, ja ich brauche jetzt aber so, nee. Ja, dir reicht ein normaler Kassenbord. Du fotografierst das Ding ab und dann reicht es. Ja. Ja. Naja, und du musst halt innerorts, wenn du ein Fahrrad überholst, früher glaube ich war es ein Meter, so jetzt 1,50 Abstand halten und außerorts zwei Meter. Aber wenn du halt einfach mal in eine Seitenstraße reinfährst und ein Fahrrad ist da, das fährt ja halt auch nicht direkt bündig am Auto, weil das ist ja auch, du musst ja auch Abstand zu dem parkenden Autos halten. Genau, und wenn du dann 1,50 überholst, also das heißt, jedes, jede Straße, wo ein Fahrrad fährt, ist rechtlich für dich eigentlich eine Einbahnstraße, du kannst da nichts machen. Der Fahrradfahrer gibt es halt vor, wie schnell es ist. Ja. Das hält sich auch keiner dran. Ich wollte gerade sagen, das will ich mal sehen. Also ich meine auch, wie gesagt, ich fahre jetzt öfter Rad. Also ich finde das wichtig. Ja. Also nicht, dass man das falsch macht, ich finde das als richtig und wichtig, aber es sind leider so Sachen, wo ich denke, da achtet kein Mensch drauf und erst, wenn dann der Unfall passiert, dann kann man halt sagen, ja, übrigens hatte das Gesetz auch übersehen, aber das ist ja egal. Ja, wie gesagt, ich weiß es ja auch schon mit Sachen, die halt vorher bestehen, du hast halt als Radfahrer einen relativ schlechten Hebel, das durchzusetzen. Also wenn dann die Skala so halt aufgrund von Baustelle auf eine Spur verengt wird, dann gilt die halt auch für mich als Radfahrer. Und dann habe ich halt auf 50 Metern die Fahrspur. Also, aber erklär das mal einem Auto, der meint, ich komme schneller durch. Ja, genau. Und dann bin ich zwei Sekunden früher an der Ampel, kann zwei Sekunden früher bei Rot stehen. Und ich wusste gar nicht, dass, also erst YouTuber, die ein Durchschnitts-Follower oder Klick-Video-Dings von 20.000 haben, die brauchen halt irgendwie so ein Staats-Rundfunks-Vertrags-Gedöns. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen von Gronkh, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass er jetzt angeblich, weil er so Gronkh-TV gemacht hat, dass sie ihn angeschrieben haben, hier, du musst halt im Rahmen dieses Staatsvertrags, bla, und das ist ein Scherz. Aber angeblich jetzt, wenn du gewisse Follower oder aktiv monatlich Klick, bla, bla, dann musst du halt sowas haben. Gilt das auch für Fake-Follower, die ich mir aus Pakistan gekauft habe? Ah, das ist blöd, ja. Die kann man ja im Endeffekt jeden Account ja ersehen. Ja. Das ist, ja. Ich habe letztens Instagram-Kanal gesehen, der da so Strich 10.000 hatte. Da habe ich auch gedacht, das ist auch mal so eine bizarre Zahl dann. Ja, da möchte ich jetzt auch nicht folgen und ihm das kaputt machen. Ja, genau. Ich werde gefolgt, aber ich finde das echt gut, was du machst. Das ist doch auch scheiße für dich. Das ist echt 10.000, da möchte ich nicht sein. Ja, nee, da will man auch. Nee. Kennst du das auch, dass du manchmal so denkst, ach, wenn ich jetzt noch zwei auf Wiedersehen sage, dann bin ich glatt bei 150. Immer. So fürs Auge, einfach fürs Auge löschen oder so. Also nicht dazu, sondern einfach nur löschen. Oder einfach so ganz keck 99 oder so. So wie Trump folgt, glaube ich, so sechs Accounts. Aber der hört sich auch eher lieber selber zu. Wollte ich gerade sagen. Einer von der SSE selber. Will never be a war. Er redet so ein bisschen, wie damals irgendwie, als so die Indianer plattgemacht haben. Als sie meinten von wegen, dass dann, wir wollen ja eigentlich nur das neue Land mit den Teilen und von ihnen lernen und in Verträgen bestimmt irgendwie gute Zukunft gemeinsam finden. Gut, wenn ihr jetzt was mit Mord und Totschlag dagegen habt, dann wird das nichts für euch. Also jetzt sind ja auch ganz viele Interviews von ihm wieder beliebt, als Obama noch Präsident war, wo er mal gesagt hat, nein, Obama wird einen Krieg mit dem Iran anfangen, um wiedergewählt zu werden. In Kriegszeiten wurde bisher noch jeder Präsident wiedergewählt. Ich meine, gab es eigentlich, das habe ich auch gestern nur mal versucht, die ganze Information auf den Tagesschau zu saugen, gab es da einen konkreten Anlass, weil es hieß von wegen, dass dieser General war das, den sie plattgemacht haben, dass der mal Grund für Tötung amerikanischer, unter anderem amerikanischer Soldaten war und dass der halt irgendwie einer der obersten Vertrauten oder Wichtigsten da in der Politik ist, aber er wurde jetzt ja als konkretes touristisches Ziel dargestellt, wo es ja kein… Hast du gerade touristisches Ziel gesagt? Habe ich nicht terroristisch gesagt? Im Iran sollte man auf jeden Fall General Soleimani besuchen. Der macht hier Bombenfalafel. Oh Gott, Entschuldigung. Wie habe ich daran gedacht? War mein Unbewusstes. Ja. Ja, ich meine, aber gab es einen konkreten Anlass? Also gab es halt irgendwie… Ich glaube nicht, nee. Es gibt nichts Bestätigtes, ne? Es ist halt einfach nur, dass der dann sagen kann von wegen, ja, ihr seid jetzt sicher, gut, wir haben… Aber jetzt ganz ehrlich, also… Ja, Trumps Impeachment vielleicht. Also das würde ich jetzt als konkreten Anlass… Also, dass du sagst von wegen, das ist aber auch ein bisschen adaptiert aus House of Cards, als da, wie heißt es nochmal, der Schauspieler, der raus ist aus dem Game? Kevin Spacey. Genau. Kann ich ja mal ein paar schöne Headlines zu Kevin Spacey vorlesen. Aber der hat halt auf jeden Fall, der war ja kurz vorm Kippen, seine Figur. Und dann hat er halt Krieg simuliert. Also beziehungsweise gesagt von wegen, das Land ist jetzt im Krieg und braucht eine starke Führung. Und dann hat er halt alle mit Angst wieder gekriegt. Und ich habe gesagt, ob das jetzt auch so eine Idee ist von denen? Aber seine Berater müssen doch auf jeden Fall sagen, was denn passieren könnte oder kann. Boston.com. Kevin Spacey-Accuser, also Linda Kalkin, einer der Leute, die ihn angeklagt haben, tot, nachdem er von Auto angefahren wurde. LA Times. Massagetherapeut, der Kevin Spacey verklagt hat wegen sexueller Übergriffe, stirbt noch vor dem Prozess. Los Angeles Times. Kevin Spacey muss sich keinen kriminellen Anschuldigungen stellen in dem Begrabsfall nach dem Tod seines Anschuldigers. Und nochmal LA Times, glaube ich, wenn ich das richtig lese. Kevin Spacey, Anschuldiger stirbt durch Selbstmord, einen Tag nachdem der Schauspieler das Video Tötet Sie mit Freundlichkeit postet. Also ich finde, können wir auch ruhig zurückholen zu House of Cards. Als Schauspieler Kevin Spacey. Ja, also er ist halt echt, er ist total ein Underwood irgendwie geworden. Ich meine, da tötet er auch. Also was heißt auch? Es macht, wie gesagt, ich finde halt, was ich halt schade finde, wirklich von den Filmen, weil ich habe halt, glaube ich, außer, wie heißt denn der Film, mit dem den Oscar gewonnen hat? Wo er was? Wo er den Oscar für gewonnen hat? Achso. American Beauty. Ja. Also er hat zwei gewonnen, einen für American Beauty, einen für die üblichen Verdächtigen. American Beauty fand ich halt richtig gut. Der ist halt jetzt unanschaubar. Die üblichen Verdächtigen, unanschaubar, auch wegen Regisseur Brian, wie heißt der denn? Cranston. Genau, Regisseur Brian Cranston. Mir fällt es gerade nicht ein. Der auch X-Men gemacht hat. Aber er hat ja auch bei Baby Driver mitgespielt. Ja, stimmt. Den würde ich halt gerne mal wieder sehen, aber jetzt schalte ich mal und guckte so. Zumal halt auch einfach der Baby-Typ komplett sein Typ ist so, ne? Es ist halt auch, also, und das war halt, ich glaube, so der letzte große Film, bevor das alles rauskam. Ja. Ich habe hier die letzte House of Cards Staffel gesehen, wo er nicht mehr mitspielt. Die war auch ganz gut. Das war dann nur noch, ich habe vergessen, weil sie heißt Robin Wright. Genau, sie ist dann Präsidentin und sie ist halt ähnlich drauf so, aber war halt vorher auch schon so drauf und wurde dann halt wie zur schwarzen Wirtwehr und hat die halt, also beziehungsweise ist der dann halt gestorben und. Komisch, dass Frank Underwood ein Klavier auf den Kopf gefallen ist. Quasi, ja. Dass dann halt irgendwie so klar ist, dass sie da was zu tun hatte. Und, ja. Sollen wir zur Frage kommen? Das stimmt, die haben wir heute gerne. Das Witzige ist, ich hatte auch eigentlich eine Zeitreisefrage. Echt? Aber, kann man ja so besprechen. Ich habe eine, wo ich mir dachte, ah, vielleicht ist das ein bisschen zu kurz. Ist das jetzt deine Backup-Frage? Aber, genau. Wo ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber frag mal, aber okay. Die Zeitreisefrage wäre gewesen, wie wir uns mit einer Zeitmaschine, weil ja jetzt Bill & Ted 3 gedreht wird, wie wir uns die perfekte Band zusammenstellen. Ist ja spooky, oder? Dass wir im neuen Jahr beide mit einer Zeitreisefragen kommen. Nee, ich habe so wirklich, ich habe dir das Bild geschickt mit Keanu Reeves und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, der andere ist für Bill & Ted 3. Klingt, ich, also ja, also freu ich mich. Das Lustige ist, weil Timo meinte von wegen, ja, gibst ja einen neuen Teil und der andere sieht voll alt aus, aber Keanu Reeves überhaupt nicht. Dann habe ich ihm das Bild geschickt. Ja. Ach so. Ja, also Keanu Reeves in den Actionfilmen kriegen sie ihn halt immer ganz gut jung hin. In seinen eigenen, ne? Wie heißt er? John Wick. Ja. Aber ich glaube, das macht auch der Bart, also wenn er... Aber geil ist auch seine Körperlichkeit. Ja. Ja, so. Wow. Dieser lustige, also dieser Hüftschiefstand, den man sieht immer, wenn er als Neo gelaufen ist, der ist jetzt ja so krass ausgeprägt, so. Also jetzt echt so, wo du denkst, boah. Ich meine, wer hat, ist ja 50, knapp über 50? Also, supergelle Action-Dings, ne? Aber dann war es das, so. Und dieses Geballer ist halt einfach zu viel, ey. Ist ein bisschen wie bei Shoot'em Up mit der Möhre und so. Ach, ich den hasse, den Film. Jedenfalls. Dachte ich mir aber auch filmisch passend. Wie endet Star Wars? Hast du gesehen? Ich hätte mir lieber Cats ansehen sollen. Aber du hast ihn gesehen? Ja. Wie endet er denn? Sie bringen den Imperator um und Ray wird gefragt. Spielt das jetzt vor oder nach den Originalen? Es spielt nach den Originalen, aber der Imperator ist irgendwie wieder da. Und die, die. Der Imperator ist auch da. Ne, die Prämisse des Films ist, oh Gott, der Imperator ist wieder da. Und alle so, ja, okay, natürlich, wussten wir, wussten wir. Es war der Imperator, der immer die ganze Zeit hinter allem steckt, aber wir haben nie darüber geredet oder daran gedacht. Ist das so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, dass das Auge, also dass der quasi nicht. Nee, der ist auch körperlich wieder da. Ach so. Aber das ist doch der, der so. Ja. Der wurde ins Zentrum des Todessterns geworfen, aber es hat ihm nicht schlecht bekommen. Weil er ja auch das Zentrum des Bösen ist, oder? Ach, nicht drüber nachdenken. Du denkst schon wieder mehr drüber nach, als die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben. Sorry. Du musst jede Frage zu dem neuen Star Wars Film anfangen mit, wäre es nicht cool, wenn? Ist ein Disney-Film, oder? Wäre es nicht cool, wenn? Ja, naja. Also auf der anderen Seite, die Prequels sind noch schlimmer. Also wie gesagt, ich bin ja auch der Ansicht, keiner der Star Wars Filme ist ein wirklich furchtbar gut oder ein absolutes Meisterwerk. Also auch Empire Strikes Back, der immer so als der Beste. Ich würde mir lieber Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ansehen, finde ich unterhaltsamer. Naja, und er endet damit, dass Rey dann sagt, mein Name ist Rey. Guckt in die Kamera, Rey, Star Wars. Black. What? Nein, sie sagt Rey Skywalker, aber sie könnte genauso gut Rey Star Wars sagen. Naja. Wie gesagt hast du nicht Rey Bond und hebt so ein... Ja, alles Möglichkeiten gewesen. Ich sag dir, die hatten sie aber auch schon ein paar Mal gemacht, die hatten bestimmt x Varianten. Naja, naja. Naja, also wirklich super... Apropos, kann ich kurz was fragen, du kennst den bestimmt. Du hast doch Vanilla Sky mal gesehen, ne? Ich glaube, ich hab ihn... Mit Tom Cruise? Hab ich ihn gesehen? Der in seinen... Habe ich nur so ein kulturellen Wissen... Habe ich nur so ein kulturellen Traumdach verloren? Und eigentlich war ja auch vieles andere Gedönster drin. Ich kam aber nicht drauf, welches klassische Theaterstück dahinter steht. Aber jedenfalls war das ja irgendwann diese totale 90er Twilight-Style. Also Twilight ist ja nicht 90er, aber ein bisschen Acte X aus den 90ern-Style. Und dann zum Schluss dieses Jahr, dass er auf seinem Hochhaus, auf einem riesigen Hochhaus war mit dem technischen Support-Typen, mit seinem Therapeuten, der halt einfach nur so eine Vaterfigur sein sollte. Und die Frau, die halt ja nicht mehr lebt, weil er chirurgienisch eingefroren ist und das ja nur noch ein Stück seines Erinnerungsprogramms oder sonst was ist. Und er hatte die Wahl, langsam geht auch sein Geld zur Neige, weil seine Firma runtergewirtschaftet wurde. Entweder weiter suizidal träumen, alles löschen und er ist wieder mit der zusammen. Oder halt vom Hochhaus springen, was aufwachen bedeutet. Und er springt halt runter und dann wird es schwarz und dann hört man nur noch irgendwie von wegen Willkommen oder irgendwie sowas. Und das ist die Stimme von Cameron Diaz, die er halt ja auch da drinnen irgendwie so, wo er den Unfall kriegt. Das ist ja diese schräge Schauspielerin, die den Unfall verursacht. Genau, ja. Und da ist halt auch die Frage, ob ich das verstanden als Gag oder sowas. Weil das soll ja mörder-mördermäßig in der Zukunft spielen. Warum hört er ihre Stimme? Weil die ist ja definitiv tot. Das ist ja alles vor seinem Suizid, äh Quatsch, vor seinem cryogenischen Einfrieren passiert. Und da habe ich gedacht, ist das halt irgendwie, habe ich da irgendwas verpasst? Ist das nochmal so ein Hinge irgendwie von den Machern oder so? Und da habe ich gedacht, ob du das irgendwie als alter Filmwissenschaftler weißt. Ich kann es, also ohne es jetzt gesehen zu haben, gleich. Also jetzt, wo du es so sagst mit dem Ende, glaube ich, habe ich ihn tatsächlich nicht gesehen. Oder nur bei dem Anfang. Also ein Anfang mit dem Unfall und so, bis dahin kriege ich es irgendwie noch zusammen auf. Vielleicht habe ich das auch aus Trailern oder irgendwelchen Videos oder irgendwelchem kulturellen Wissen, in dem man so ausgesetzt ist. Ich würde es halt also, so ein bisschen Inception ist ja auch einer, der einfach so im Black endet. Und vielleicht auch einfach so lesen, dass er halt einfach so belastet ist von dieser Cameron Diaz-Figur oder dass diese Cameron Diaz-Figur halt auch einen Weg gefunden hat, weil sie so besessen ist von ihm. Also dass halt entweder er so belastet ist von ihr oder sie so besessen von ihm. Das wäre natürlich ganz lustig. Oder dass es halt noch eine dritte Deutungsebene offen lässt, dass dieses ganze kryogene Ding halt nicht stimmt. Ja, okay. Das wäre ein bisschen, ja. Ja, aber ich meine, das lässt es halt mehr deutlich. Es gibt super viele Nebendarsteller bis Cameo-Auftritte von ganz bekannt, also nicht irgendwelche Stars, aber Schauspielern, die später dann bekannt wurden. Also irgendwie so was, ein Polizist, der halt irgendwie in diesem, weil er auch immer mit so einer komischen Gummimaske in so einem Art Gefängnisraum sitzt und mit seinem Therapeuten spricht. Ich gucke mal ganz kurz auf IMDb, während du redest. Und, äh. Vanilla Ice, the Movie. Ist ja nicht Vanilla Sky? Das war ein Scherz. Kurt Russell spielt. Das stimmt auch nicht. Kurt Russell spielt mit. Ja, das ist der Psychologe. Jason Lee spielt mit. Das ist der von Hi, My Name is Earl. Ach krass, das ist dein bester Freund. Ja, Tilda Swinton spielt mit. Michael Shannon. Ja. Hochkarätig. Uh, Johnny Galecki, die Hauptrolle aus Big Bang Theory. Ach stimmt, das ist sein Assistent. Der spielt halt irgendwie, der sagt glaube ich einmal, Conan O'Brien spielt mit? Ja, es geht nämlich um diesen, er sieht die ganze Zeit diesen Benny the Dog. Das ist halt irgendwie so ein Fall, das halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das wirklich oder ob die es dann nur eingebracht haben. Ich denke mir, das haben nur eingebracht. Das ist halt irgendwie so ein Südstaat oder sowas, sein Hund vermisst hat, die ganze Zeit gesucht hat. Irgendwie in den Wintermonaten nicht gesehen und dann war er drei Monate weg. Dann geht er irgendwann angeln, Eisangeln, schlägt halt irgendwie so einen großen Eisblock aus und sieht seinen Hund Benny the Dog im Eis eingefroren. Den kloppt er halt raus, nimmt mit nach Hause, taut ihn auf, Benny the Dog lebt. Und dann hat die ganze Zeit halt irgendwie die Figur von Tom Cruise im Hinterkopf, kryogenes Einfrieren ist der Knaller. Man überlebt, weil der Hund ist das Zeichen, dass es funktioniert. Und dann schaut er Fernsehen und dann ist bei Conan O'Brien Show der Typ mit seinem Hund. Und deswegen haben sie den da mit reingebracht. Wie ist deine Frage? Du hast viel fern gesehen über die Feiertage, oder? Ja. Ich dachte, es gibt jetzt eine neue BBC-Serie. Und passend zu der bekommen wir beide einen Brief. Ganz altertümlich. Wir werden eingeladen zu einem netten Abendessen in einem Schloss. Gruselschloss. Im fernen Transsilvanien. Nice. Und jetzt. Wie heißt die Serie? Dracula. Ach, das ist BBC? Ja. Die ist doch jetzt auf Netflix, ne? Genau, es ist ein Netflix-Server, es ist eine BBC-Produktion. Dann ist es bestimmt gut. Ja. Ja. Also es ist auch von den Machern von Sherlock. Ach. Also ich habe bisher nur Gutes gehört und der Trailer sah. Aber das hast du noch nicht gesehen. Wenn du mal sehen willst, wie sich jemand schön den Fingernagel rausdreht und ihm eine Fliege übers offene Auge kriecht, dann ist das die Show für dich. Also Fliege geht, Fingernagel. Die Fliege sieht auch gar nicht so gut aus von den Effekten her. Jetzt sind wir jetzt im Trailer noch nicht. Die Fingernagel war ich. Ja, 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 ja. Kann ich gar nicht so denken mit meinem Fingernagel vor allem. Ich habe letztens gesehen, wie Alexandra Wessel, irgendwie so eine deutsche Weitspringerin oder so, hatte mal so einen bösen Einknick in den 90ern und gibt so ein Video, oder Anfang der 2000er, wie sie beim Anlauf halt kurz vorm Absprung halt einfach mal ihr Fuß rechts wegknickt und sie dann halt einen Schritt noch auf ihrem Knöchel macht. Das geht bei mir immer ziemlich ins Rückgrat, als ich das gesehen habe. Ich habe gehört von einer bekannten, also die auch mit Boulder hat, eine Kollegin von Maya. Wer macht eigentlich immer deine ganzen Videos? Das war Dortmund. Da war ich mit Dortmund und Maya unterwegs. Mit Dortmund und Maya. Das heißt, du kannst quasi aus verschiedenen Winkelpunkten gefilmt werden und kannst dann zusammenschneiden. Ja, mit Maya und ihrem Mann, was sehr lustig ist, weil ihr Mann deutlich schlechter ist als sie. Aber natürlich immer den Ehrgeiz hat, weil sie ein Mann. Vielleicht Therapie oder so? Nee, es ist immer ganz, also ihm macht es auch Spaß, aber er ist halt einfach deutlich Anfänger. Also wie ich. Ja, aber dann ist halt auch einfach Schluss nach 20 Minuten, weil er die Arme nicht mehr bewegen kann. Also mehr Armkraft, als wenn der ganzen Körper irgendwo drin hängt. Ja, und halt einfach so Sachen, die du brauchst, wie Gottvertrauen, dass du auf dem Zeh stehst mit deinem ganzen Gewicht. Achso, okay. Also ich meine, kriegst du halt irgendwann. Aber du fällst ja immer in so eine weiche Matte oder fällst du auch auf diese Judo-Matten, wo du denkst, ah. Nein, nein, die sind relativ weich. Irgendwann hast du halt das Vertrauen, dass wenn du auf dem Zeh sicher stehst, stehst du halt. Aber es dauert halt ein bisschen. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, und die hat in Kreuzberg gesehen, wie eine Frau gestürzt ist und sich. Entschuldigung, wer hat das gesehen? Die Kollegin von Maya. Okay. Die war in Kreuzberg in der Halle und hat sich eine Frau beim Sturz den Oberschenkel gebrochen. Ah! Da muss einiges ungünstig zusammenkommen, bevor du dir den Oberschenkel brichst. Ich war ja nicht dabei, jetzt damals beim ATK bei so einer Flugrolle, Ben sich irgendwie Schlüsselbein rausgeboren hat. Jetzt hat er gedacht, mitten in einer Rolle. Ich rolle doch nicht, ich fange die einfach gerade ab. Nee, der hat die ganze Zeit gesagt, die mache ich auch. Und die haben gesagt, nee, du machst einfach vorne rollen. Und ich habe eigentlich irgendwann immer mit denen trainiert, weil keiner mit denen konnte, weil der halt so ein Monster-Ego hatte. Und da hat Peter, der Meister, hat einfach gesagt, wenn du meinst, du willst jetzt das Flugrolle machen. Und wir sagen, nein, du hast dafür unterschrieben, ist deine Schuld, mach es. Und das ist, was passiert, was passieren sollte. Der hat sich nicht über Arm, Schulter, sonst was abgerollt, sondern ist schön gesprungen. Hat die Arm halt irgendwie so gedreht, warum auch immer. Die hat aber gar nicht den Boden berührt, die Hand oder der Arm. Und er ist dann halt auf Schultergelenke gekommen und ist halt aufgestanden. Ich vermute der Körper so hinterher. Irgendwie, ich habe es nur gehört, ich war zum Glück nicht da. Ich habe nur gehört, dass er halt aufgestanden ist. Da gab es halt auch noch, oder beim ATK die schwarzen Anzüge. Dann stand er halt auf und irgendwann meinte von mir, oh, der Anzug ist ganz verschoben. Und dann meinte, er hat so ein kleines Zelt auf der Brust gehabt oder auf der Schulter und wollte das glatt schreiben. Beim Glattreiten ist er halt dann umgekippt, weil er hat es im ersten Moment nicht gemerkt. Und dann haben sie gesehen, was denn da sich aus der Schulter rausbohrte. Es stand wohl so raus. Das wurde beim Kraften-Magammer gesagt, weil ich beim ATK immer dachte, das ist doch ein starker Muskel. Und beim Kraften-Magammer heißt das, Alter, Schlüsselbein ist halt einfach so gebrechlich. Ist halt auch, wenn du jemanden hast, der dann vorne und du rangelst und blockst ihn so, dass der halt keinen Kopfnuss machen kann, dass du aber auch quasi nicht an ihn reinkommst, dass du halt immer das Schlüsselbein feierst und das kannst du locker mit der Stirn, schaffst du das, wenn du halt gut stehst. Aber ich denke immer, da käme ich gar nicht drauf, was das Schlüsselbein ist. Nee, ich würde da auch nicht dran denken. Aber es ist schon, also du weißt ja auch mal bei Stürzen, das ist ja das Erste, was bricht. Und das hält ja den ganzen Arm. Also wenn das durch ist, das hängst du ja nur noch Knopf und Sehnen. Du hast ja dann so einen Verband, wo der Arm irgendwie so hochgestützt wird über Monate. Das Gute ist ja auch, dass Ben hauptberuflich Personal Trainer war. Also er sah halt aus wie, ich trainiere Leute in Dumbbell und Benchpress und das war's. Ja, mehr brauchst du ja nicht. Ja, stimmt. Das macht man, Lackday, lächerlich. Ja, das stimmt. Dafür gibt es ja Hosen. Wir sind Verkaufsschlager. Ja. Vor allen Dingen Schlager. Hast du die Frage schon genannt? Wir sind in diesem Schloss eingeladen und stellen mir fest, oha, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Unser Gastgeber ist Dracula. Ja. Wie kommen wir da raus und oder bringen ihn um? Also ich muss jetzt an den Dracula von Bram Stoker denken. Wer hat den nochmal gespielt? Gary Oldman. Ah. In Francis Ford Coppola's. Also Bram Stoker ist ja der Romanautor. Ja. Und die Verfilmung, die du meinst, ist die von Francis Ford Coppola. Okay. Ob er das Screenplay geschrieben hat, weiß ich nicht, aber er ist der Regisseur. Achso, okay. Und Wes Craven war der, wo der Pater halt irgendwie mit einer Shotgun immer irgendwelche dummen Sprüche gemacht hat, ne? Wo die immer an der Decke gekrabbelt sind. Das war John Carp und das Vampire, glaube ich, den du meinst. Ach, das war nicht Wes Cravens. Wes Cravens Dracula. Aus der Erinnerung würde ich sagen, es war Jerry Butler, der da Dracula war. Okay. Ja, wie kommen wir da raus? Wie ist denn der so drauf? Weil es gibt ja immer so verschiedene Themen von Dracula. Also klassisch im Jonathan Harker-Stil kommen wir da nicht raus. Das Schloss ist ein Irrgarten. Jonathan Harker ist? Ist die Figur aus dem Roman. Diese ganze Burg ist ein Irrgarten. Also du kannst da nicht einfach wieder rausspazieren, wie du reingekommen bist. Also bei Bram Stoker war es ja auch, ne? Also da konnte er nicht einfach... Ja genau, also Jonathan Harker ist die Figur in Bram Stokers Dracula. Achso, das ist... Die Filme sind ja auch alle mehr oder weniger das Gleiche. Keanu Reeves. Genau, ja. Ja. Um es abzukürzen, ja, es ist Keanu Reeves. Für mich. Damit mein Hundehirn wieder irgendwie so einen kleinen Stromimpuls kriegt. Auch ganz, ganz großer Versuch von Keanu Reeves in britischen Akzenten aufzulegen. Ich habe es ja immer nur synchronisiert gesehen. Ist nicht gut, meinst du? Ei, 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 ei. Okay. Klingt wie jemand, der eigentlich Ungarisch spricht. So wie ich vorhin, als ich Rudi Carell gemacht habe. Ungefähr so, ja. Oder heute. Also letztes Mal. Ja. Ja. Also haben wir irgendwas, hast du jetzt typisch, weil das ist ja immer dein Kubutan dabei. Hast du den noch dabei am Schlüssel? Ja, ja, habe ich dabei. Ist der aus Holz? Ja, ist dabei, ist Holz. Das verschafft uns ja schon mal einen riesen Vorteil. Schnitzen ist schwierig, weil hier vorne ja diese Metall... Ah, okay. Aber Haut, ich weiß nicht in welchem Film. Ah, klar, in... Ach nee, das war bei Zombies. Shaun of the Dead, da ist die Haut der Zombies. Die ist doch total... Nee. Nee, äh, bei, bei, ähm, From Dusk Till Dawn, da reden sie doch nachdem... Also die sind so wie aus Gummi, ja. Genau, dass sie gesagt haben, von wegen, dass die Haut zu dünn ist. Ja. Und da würden wir halt so einen Kubutan locker durchkriegen. Die Sache ist bloß, der kann... Hoffen wir das Beste mit dem Kubutan, weil ich habe nie was spontan aus Holz dabei. Der kann sich ja in alles möglich verwandeln und ist halt auch ziemlich schnell. Nebel, Ledermäuse. Ja. Und ich glaube, der würde ja auch ein bisschen unsere Angst und... Das macht ihn an. Ja. Okay. Hallöchen. Achso, warum hab ich das jetzt gerade... Klischee... Das klingt jetzt wieder irgendwie die Bulli-Parade. Ja. Die Bulli-Paraden-Interpretation von Wes Cravens. Gott. Nee. Oh Gott, das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Bulli-Parade Dracula. Der Film. Ja. Produziert mit T. Schweiger und Schweighöfer. Elias M. Barek spielt Dracula. Und wir sind in der Premiere gefangen und danach noch die Presse-Premiere und sonst was und schauen hier so dreimal am Stück. Ohne Alkohol. Hallöchen, ich bin der Kutscher. Ich hab euch hier nach Transylvania gebracht. Ihr könnt vom Schloss den Hintereingang nehmen. Uh. Das Publikum johlt. Ja. Mario Barth spricht die Laudatium. Mario Barth spricht so eine animierte Fledermaus im Film. Geil. Der die ganze Zeit immer von seiner Freundin redet. Hier, meine Schlossherrin. Meine Schlossherrin. Kennst du? Ich komme aus Berlin, aber landen kann ich da nicht. Wisst ihr, ist der? Ähm, ja. Okay. Ja, aber nochmal Frage. Wie ist der drauf? Ist der freundlich und gesund? Erstmal ja. Oder hat der das Ziel? Weil bei Bram Stoker war da doch einfach auch nur, dass der den erstmal so, der brauchte ihn ja, damit er seinen Sarg und sich quasi nach London überführen kann. Das heißt, braucht er uns oder sagt er von wegen, ich lasse die Jungs essen und dann mache ich sie platt? Oder was ist der Plan? Also der Harker wird ja auch gut. Oder wie kommt er uns vor? Wir wissen ja den Plan nicht. Ja. Also sagen wir mal, er braucht uns. Also ich meine, ansonsten hätte er uns nicht ins Schloss eingeladen. Was können denn Klaus und Dirk dem Dracula Gutes tun? Wäre da meine Frage. Das ist eine Frage, was der sich von uns so wünscht. Ich meine, wenn das so deine Geschichte ist und wir kommen da an und sagen, herzlichen Dank für Ihre Einladung, Herr Dracula in Ihr Schloss. Was können wir denn für Sie tun? Wird er dann sagen, essen Sie doch erstmal, dass wir immer wieder ein Fragezeichen kriegen? Wir machen die Nieren zuerst. Oh, speist der Herr mit. So, nee, der Fürst ist am liebsten alleine. Aber er wird euch zusehen beim Essen. Was gibt's denn? Kalbsleber. Ja, könnte ich ja sagen, dass ich es gerade so definitiv vegetarisch vielleicht so probiere aufs Vegan und würde jetzt mal The Game Changers so in den Raum werfen. Wir machen uns also einfach unbeliebt im Schloss, indem wir furchtbare Pedanten sind. Haben Sie einfach eine Idee, was Proteine in Hülsenfrüchten einfach haben? Ich habe vorhin gelesen, dass halt ein Külskern... Wissen Sie, diese ganze Viehhaltung ist ja auch nicht gut für den Planeten. Ja, und das würde auch bedeuten, die Menschen, die sie ja wahrscheinlich brauchen, also so ein überfetteter Australier schmeckt ja auch gar nicht so gut wie so ein austrainierter Die kommen ja kaum vor dem Feuer weg. So, genau. Also dieses franige, ölige Blut. Wie so ein austrainierter Mitteleuropäer, gerade der Deutsche ist ja im Schnitt. Wir sind doch die fettesten Europäer, oder? Hast du das mit dieser Fleischerinnung in Magdeburg mitbekommen? Nein, habe ich leider nicht. Die hat einen geilen Spruch auf dem T-Shirt. Vielleicht kommt ja der Spruch irgendwoher bekannt vor. Zäh wie Leder, schnell wie ein Windhund, hart wie Krupp Stahl. Haben die... Hä? Ein beliebtes Zitat über den idealen Deutschen aus Mein Kampf. Ja, also aber... Oh mal, den genauen Ursprung. Weißt du, als Nazi-Spruch kennt man das ja. Aber ich verstehe jetzt nicht den Zusammenhang, warum auf eine Schlachterei... Die Fleischerinnung hat T-Shirts da mitgetragen. Wo das drauf stand. Ist gut, ne? Also, zumal wahrscheinlich bei der Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Neonazis haben die eh nur gelesen, Zäh wie Leder. Und dachten, wie das Fleisch kaufen will. Ich will keine Himmlerwürstchen, die nicht schmecken. Hör. Und der Chef der Innung meinte, ja, wir wussten ja nicht, dass das ein Nazi-Spruch ist. Wir haben auch viele mit... Wir haben auch viele ausländische Mitarbeiter, die T-Shirts haben mit, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Gut. Da gab es aber Ende der 90er so eine Kampagne der Bundesregierung... Die gibt es jetzt wieder. ...für Aufklärung, wo dann halt... Was ist jetzt passiert? Wo dann halt Leute mit dem Spruch dann halt irgendwie präsentiert wurden. Ja, die gibt es jetzt wieder, die Kampagne. Also mit so Diversität und aller Warten. Aber hier, bei mir juckt es im Schritt und sowas. Dein Ding haben sie auch wieder, ne? Ja, aber das sind jetzt Zeichendreckfiguren. Ja. Warum? Weil es keiner so gut machen konnte wie der Klaus. Keiner kann die 800 Euro heute noch bezahlen beim Bundesministerium für Gesundheit. Hast du mittlerweile das Geld gekriegt? Aber holler die Wahl fällt. Oder anteil dich in irgendwelche Fonds. Ich habe es in Bitcoin gesteckt. Nice. Das können wir dem Graf erstmal erklären. Also erstmal die Kalbsleber nicht und sagen von wegen... Wir hätten gern die vegane Alternative. Ja. Das ist schon das erste Zeichen. Ja, ist in Ordnung. Bitte. Ich meine, in The Game Changers wird halt auch der Querschnitt von einfach so einer Arterie gezeigt. Das würde dem Graf dann bestimmt gefallen. Wenn man sagt, ach so... Das sollten wir vielleicht auslassen. Ach so, okay. Guter Punkt, Klaus. Also die Arterien von so durchschnittlichen Veganern, ja. Das fließt da auch nur raus. Wie so ein Sport-Energy-Drink. Das schmeckt wie Zucker auf ihren... Nee, doof. Und er schraubt schon irgendwie seinen Shaker auf. Oben mit so einer Kerbe, mit so einer Stangenkerbe. Dass die einfach bei uns an Halt so anklingen. Was machen sie jetzt? Mir wird so anders. Das ist die Frage. Ich dachte auch gerade, vielleicht betrinken wir uns einfach auch so, dass wenn er einen Schluck von uns nimmt, er schon völlig durch ist. Oder wir reden ihn alternativ erst mal, erklärst du ihm die Feuerzangbole unserer Art. Und dann meinst du, das ist, das ist... Also auf zwei Liter Blut kommt ein Liter rum. Gott, ich dachte, wir erklären nur, dass es Blut ist, damit er dann auch mal trinkt und dann davon zergeht oder so. Anteilig, was wir ihm nicht sagen, auch in einem Silberbecher. Ja, Feuer tötet ja Vampire auch. Und die Chance, da selbst Feuer zu fangen, ist ja relativ hoch. Das ist, ja. Vor allem, wenn er ein langes Cape trägt. Genau. Und er kichert dann die ganze Zeit. Und dann werden wir ihn dann vielleicht telefonisch ein bisschen coachen lassen von Dr. Ranjit, dem Coachmaster. Und dann lacht er sich schon die ganze Zeit schäckig, weil er... Fällt sofort vom Sofa. Genau. Oder mit einem Tischtennisschläger in der Hand. Und er hat auch mal erzählt, dass er ab und zu bei den nächsten Tischtenniss spielt. Und dann, ja. So kriegt er ihn vielleicht. Ja. Okay, wir haben ihn erst mal vom Essen abgebracht. Wir haben ihn angetüdelt. Ja, ja. Aber du hast gesagt, das ganze Anwesen ist so konzipiert, auch wenn der jetzt irgendwie Hacker irgendwo liegt. Ja, wir kommen da nicht raus. 40 Wolfshunde und Hündinnen. Ja, genau. Wir finden ja wahrscheinlich nicht mal den Ausgang. Das ist Jonathan Hacker, der schleicht ja da auch rum. Ja. Und dann sind da irgendwelche sexy Frauen. Beziehungsweise teilweise so drei Körpern eingeknotet. Genau, ja. Und dann in typischer Bram Stoker-Manier gibt es erst mal 30 Seiten Lektüre über Knotenarten und Nautic. Ja, ich dachte, dass wir mit diesen Damen, die da verknotet sind, können wir Twister spielen. Ah, oh. Oh, rechter Arm auf rot. Welcher rechter Arm? Ihr habt verloren. Ihr müsst uns den Ausgang zeigen. Ah, das war gut. Ja, wie so der klassische Pakt mit dem Teufel. Wir spielen Spiele. Oder so wie Bill und Ted, die auch Twister spielen mit dem Tod. Echt? Ja. Siehst du? Es gibt dieses, im zweiten Teil sterben sie doch. Und dann sind sie mit dem Tod da. Ach stimmt. Und der Tod bietet ihnen an, sie können ums Leben spielen. Ja. Und es ist, der Tod sieht so aus wie in einem Ingmar Bergmann-Film, wo der Tod Schach spielt mit einem Ritter. Ja. Und sie meinen, ja, aber sie können keinen Schach. Und dann spielen sie halt Twister und Schiffe versenken. Und es ist halt so Sachen, die sie spielen können. Der Tod verliert immer. Und beschließt dann letztendlich sie gehen zu lassen. Das ist Langeweile. Ja. Also das glaube ich auch. Also bei Schach sehen wir, glaube ich, gegen so 600 Jahre alte Vampire dumm aus. Aber eine Partie Mario Kart traue ich uns durchaus zu. Also, aber bei Twister haben wir sie erst mal Möbel gemacht. Ja. Dann kommt der eine oder andere Wolfshund noch dazu. Und was gab es noch? Gab es nicht noch diesen... Ja, ich meine, wir haben ja noch das Fleisch übrig vom Essen. Also die Hunde können wir ja auch super ablenken. Ach so, dass wir ein bisschen Leber geben. Ja. So. Und was mit dem Grafen pennt der jetzt, weil wir den so Hacke gemacht haben? Ja, würde ich sagen. Also ich meine, er hat es wahrscheinlich nicht mehr in seinen Sarg geschafft. Wir müssten irgendwie an den... Also müssen... Kommen wir denn überhaupt... Ist das ein Schloss, eine Burg? Also vielleicht, was wir machen können, wir können ja versuchen, den Grafen so zu drapieren, dass er dann sofort im Sonnenlicht liegt, wenn die Sonne aufgeht. Meine Frage ist ja immer noch, haben wir das Gefühl, dass er uns platt machen will? Also hat er uns geladen zu... Naja, also ob er uns jetzt umbringen will oder uns als Komplizen in einem komplizierten Mord? Also du meinst, der Graf war doch eigentlich nur grundlegend so ein ganz verletzter, eine verletzte Hälfte einer ganz traurigen Liebesgeschichte. Ja, die Francis Ford Coppola Verfilmung legt sehr viel Gewicht auf den Teil der Geschichte, der eigentlich bei Bram Stoker keine große Rolle spielt. Könnten wir ihn dann nicht vielleicht, ihn nicht töten, aber ihn nicht mehr morden? Wir melden ihn auf Tinder an. Ich habe jetzt eher gedacht, ihm cryogenisches Einfrieren schmackhaft machen, um ihn dann zu sagen, löst sie da als Träumen, wie in Vanilla Sky. Das ist ja ewig mit seiner Bertha Buchsbaum, ich weiß nicht, wer seine Dame war. Ja, ja, Bertha Buchsbaum stimmt schon historisch. Echt knapp. Bertha Buchsbaum und Vlad Zepes Dracul. Ja, die beiden wieder vereinen und wir verwalten so lange sein Erbe, dass halt auch das Geld natürlich immer wieder bewegt. Und stecken sofort alles in Bitcoin. Oh, du mit deinem Bitcoin, das kannst du dir aus der Scheiße rauskaufen da. Wir wollen mal gucken, du hast einen auch noch, ne? Ja, 100.000 haben wir gesagt. Ist gerade bei, uh, 6, 7. Hm, wir hatten schon mal weniger, oder? Wir hatten schon mal deutlich weniger. Und was ist mit Gold? Oh Gott, da wollte ich jetzt echt nicht drauf gucken. Das war das 11 Euro, der letzte Stand, oder was? Aber hier im Mai ist Halving angesagt beim Bitcoin danach, geht der rasant in die Höhe. Also jetzt noch kaufen, von uns am besten, weil wir haben was abzugeben. Ähm, Bitcoin Gold, ich habe bei 150 gekauft, du bei 75, hast gedacht, du machst ein richtiges Schnäppchen. Und, Dirk, Überraschung, du hast recht. Bitcoin Gold ist gerade bei 4,84 Euro. Ist gut, ne? Ist gut. Was hatten wir noch? Äh, Eta? Nee. Ja, der ist bei 122, da denken wir nicht drüber nach. Ja gut, also. Also haben wir erstmal das ganze Geld, was der Graf angespart hat, über ein paar hundert Jahre in den Sand gesetzt. Die Frage ist ja, ob wir ihn dazu gekriegt haben, zum Einfrieren, mit den luzidalen Träumen. Oder luzid. Luzid. Luzide Träume. Luzide. Nicht luzidale. Das ist wie suizidale wahrscheinlich, nicht? Wahrscheinlich. Ja, luzide Träume. Ähm, ja, vielleicht nehmt er auch noch ein bisschen Isogalen, Galen. Das heißt, wir mischen ihm auch noch so einen Tablettencocktail an. Ja. Wenn er es gut findet. Ja, finde ich gut. Ich kann aber mal ausprobieren. Wir sind ja so wilde Party-Draufgänger aus Berlin. Ja. Da geben wir allen welche. Auch hier irgendwie die Wolfshündin und dem. Die Fledermäuse, was da noch so rum. Alle. Die kriegen alle in ihren kleinen Näpfchen, kriegen so ein bisschen Cocktail. Ja. Ja, finde ich gut. Können auch versuchen, Knoblauch reinzumischen. Die Sache ist, wir haben jetzt erstmal sein ganzes Geld in Bitcoin angesetzt. Der Graf schläft eingefroren in seinem Raum. Der ist ja schon ein bisschen älter. Die Frage ist, müssen wir ihn wirklich cryogenisch einfrieren? Ist ihm egal? Ist er ein Vampir? Er lebt ja eh ewig. Oder setzen wir ihm einfach so eine VR-Brille auf? Ja. Aber ist ein Traum nicht immer noch was anderes als eine VR-Brille? Da streiten sich wahrscheinlich die. Aber du gehst ja jetzt auch davon aus, dass der wissenschaftliche Aspekt von Vanilla Sky eine Doku war. Also. Cone O'Brien war dabei. Stimmt. Mein Fehler. Und Benni, der Hund. Eingefroren. In einem See. Drei Monate. Aufgetaut. Und weitergelebt. Und der war nicht bei einem Friedhof von Indianern eingebuddelt worden. Sagt dir Öff-Öff was? Öff-Öff? Nee, außer als Geräusch dafür. Für? Weiß ich nicht, wenn man gerade knapp vom Zug nicht überrollt wurde. Öff-Öff. Ja, okay. Nee, was ist Öff-Öff? Sei so ein Busch-Craft-Typ. Ich kannte den auch nicht. Irgendwie so ein Überlebens-Fraggle, so ein Survival-Öff. Franzose oder was ist Öff-Öff? Das ist Timos erste Erinnerung an so ein Survival-Fraggle. Weil ich hab halt, er hat letztens irgendwann mal in der Gruppe was mit Fratzen geschrieben. Oder Fratzeln oder so. Und dieses Wort war mir nicht geläufig. Fratzeln klingt so wie Schnackeln. Es soll Essen bedeuten. Weil man sich wahrscheinlich was in die Fratze schiebt. Ich hab keine Ahnung. Und Festus und ich waren der Meinung, das gibt's gar nicht. Das ist totaler Quatsch. Und meinte, doch, doch. Und meinte, sowas kann sich gar nicht etablieren. Meinte, er hat sich schon etabliert. Da hab ich letztens die Naturensöhne gesehen. Und da hat einer gesagt, so jetzt Fratzen war mal schön. Und da hab ich gesagt, krass. Ich hab's jetzt gehört woanders. Das gibt's nicht. Leute sagen Fratzen. Oder Phrasen hab ich auch schon gehört. Phrasen? Ja. Geil. Phrasen ist geil. Ey, lass mal was zu Phrasen kaufen. Das klingt voll 90er, oder? Ja. Das ist wie 90er. Mir fällt leider, ich weiß, man hat damals auch solche Worte benutzt. Ich erinnere mich aus der Schule, aber mir fällt leider kein konkretes Beispiel ein. Aber generell, so ein Sinn ist ja auch, was ich ganz schlimm finde, ist Moinsen. Moinsen. Das finde ich ganz unangenehm. Das klingt wie so eine Geschichtslehrerin, die dann versucht, so ein bisschen keck zu wirken, um ihre jungen Schüler. Moinsen. Moinsen, Leute. Moinsen. Also, wenn ihr eure Hausaufwaben zum Bleistift nicht gemacht habt. Das ist eine, das Fan-Diagramm beider Gruppen ist ein Kreis. Ja. Und der eine, der Naturensöhne, alles, was er hat, feiert er hart. Oh, ich feiere das so hart. Ich habe gehört, Dortmund hatte noch nie Tim Wiese in Action gesehen. Was heißt noch nie in Action? Das heißt einfach nur immer auf Bildern? Ja. Okay. Ich kannte ihn nur als den gutaussehenden Typen. Als den gutaussehenden Typen. In Dortmund macht er was her. Ja. Da habe ich ihm ja ihr das Video gezeigt, wo er shoppen geht mit Murat. Achso. Stimmt. Das hat sich auch nicht mehr weitergegeben. XXL ist ein bisschen klein. Nee, es ist wie alles, was Tim Wiese angefangen hat. Er hat es wieder aufgegeben nach zwei, drei Wochen. Ja, ich glaube auch, dass Murat Demir halt auch einfach so viel Zeit im Studio. Und ich glaube, der ist auch nochmal Fitnesscoach oder Ernährungsberater in Punkt Riegel. Ja, und ich meine, also so viele Follower haben die halt auch nicht. Also das wirft halt einfach, glaube ich, nicht genug Geld ab, dass es sich lohnt, für die da regelmäßig ein Format zu produzieren. Ja. Mit einer Crew. Also die hatten ja immer Leute dabei. Und auch mal dieses schlechte Ding mit Murat und seiner Freundin oder seinem Date oder was es war. Ei, ei, ei. Ja, also die Sache ist, du musst halt, du musst halt auch schon echt konsequent, auch wenn du Quatsch machst, musst du konsequent das durchziehen und permanent, also wenn du irgendwie an Kevin Wolter denkst und sowas, was der halt alles für einen Quatsch macht und so viele junge Zuschauer erreicht, weil der halt ja auch so diese ganzen Crossover-Dinger mit anderen YouTubern, was ja halt einfach gar nicht blöd ist, wenn Leute so irgendwie, ich weiß nicht, 100 oder 500.000 haben und dann immer sagen, ich mache mir den und dann. Aber der macht auch zwei, drei Videos die Woche oder so, Wolter? Aber mittlerweile, also der ist ja Teilhaber verschiedener Firmen, ist ja irgendwie bei Smilodogs und bei, ich glaube, Neosubs mit eingekauft und ja, hat mittlerweile seine eigene Motivierungs-App oder irgendwas so, da kannst du halt dir die Wolter-App runterladen oder keine Ahnung und dann mit ihm quasi trainieren, das ist ja halt auch ganz praktisch, also um Kohle zu generieren. Das nächste wäre, glaube ich, was am meisten Geld macht, ist eine Tour, dass du halt irgendwie sagst, ich bin halt da und da auf der Bühne und 100.000 Teenies kommen, löhnen alle einen Zehner und sagen Hallo. Oh, nice. Ja, gut. Wir haben jetzt aber, wir haben jetzt eigentlich nur alle lahmgelegt im Hause Dracula. Wir haben nur noch einen, nämlich, da sind wir bei einer Stunde. Scheiße. Also wie? Steht der Kühlschrank in der Nähe? Ach nee, das ist ja nur eine Zeitreise. Kannst du eine Kutsche fahren? Du hast ja einen Führerschein. Ist eine Kutsche da mit drin bei dir? In manchen Regionen Deutschlands ist Kutsche ja auch schon, ich sag mal, Manta B oder so. Also so eine Kutsche könnte ich fahren. Oder wie du mal gesagt hast, in der Theorie kann ich auch schon Auto fahren. Ja, dann kann ich auch in der Theorie Kutsche fahren, wenn ich hier so große Töne gespuckt habe. Da unten sind drei Pedale. Ich stand ja schon mal neben einem Pferd. Ich habe sogar mit dem Pferd schon gedreht. Ja, ich auch. Echt? Was hast du gedreht? Ich habe dieses Pferd als Ritter hinter mir hergezogen. Du hast das Pferd als Ritter jetzt? Ah, du warst der Ritter. Ja, nicht das Pferd. Das Pferd war der Ritter und ich war so ein Typ in so einem grünen Anzug. Ich dachte, du warst dann halt als Pferd verkleidet, weil das bist du ja gerne mal auf der Bühne. Vorder- und Hinterteil. Das alleine, so kann ich bei den Pferden anfangen. So, ja. Du weißt, wie sie sich fühlen. Freundlich, ja. Du gehst auf jeden Fall erstmal auf dem Rücken zu und sagst, mein Herr, ich weiß hier, unterer Lendenbereich. Ich mache dir mal die Blockaden frisch raus und so. Also die Pferden immer von hinten nähern. Ja, auf jeden Fall. Auch erstmal schreckhaft am Schweif ziehen. Ja, ja. Das ist immer ganz gut. Oder Schweif hoch und ein bisschen gucken, was drunter ist. Ja, auch mit der Hand gucken. Wie sind wir denn jetzt plötzlich in den Innenhof zu den Pferden gekommen? Wir haben alle ausgenockt. Ja, ich meine aber den Weg. Also du hast doch gesagt, man findet nicht aus dem Haus. Wir haben ja den drei Vampir-Damen schon beim Twister haben wir ja quasi ihn entlocken können, wie es aus dem Schloss geht. Ah, okay. Wenn wir aber auf die Pferde kommen und irgendwie die, ich sag mal, im Film war, glaube ich, auch ja so eine komische, erstmal so ein normales Tor, Eisentor. Und dann war ja auch immer so eine ziemlich geile 90er animierte Energiewand. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Pferde da halt schon irgendwie durcheiern. Wahrscheinlich, ja. Ja, Zugbrücke, gut, das kriegen wir vielleicht den physikalischen Aufbau noch hin. Irgendwie da irgendwie so ein Holzding. Wie genau, wir machen die einmal definitiv kaputt, dann ist sie unten und bleibt unten. Ja, wollte ich gerade sagen, wir schlagen da halt irgendwie den Klöppel raus, also den Peter. Es reicht nicht, dass wir, also der lädt uns nie wieder ein. Und er dachte von, ich wollte doch nur, dass die Jungs mich trainieren, meine Rudermaschine einstellen, die App erklären, so war es halt. Oh meine Güte, dann sind alle hier mit Kopfschmerz verteilt. Wir haben uns einfach nur in die Pferde gesetzt. Wir setzen wahrscheinlich auf den Kutscher-Sattel oben drauf. Würde ich sagen, also Kutsche, glaube ich, ist sicherer, als sich auf den Pferderücken zu setzen. Überlegen, ob das Pferd von alleine denkt, okay, das geht jetzt im Bahnhof oder ob wir irgendwie oder sowas machen. Oder halt so einen leichten, die Peitsche auch gerne mal in die Luft schlagen und nicht das Pferd damit. Ist es nicht auch generell, also du hast ja die Zügel dann quasi für beide. Achso, du meinst, das reicht schon, wenn es einmal mit einem H macht oder O oder Häh. Ja, ich glaube, das ist auch wie so Gangschaltung. Einmal schlagen ist langsam und dann ein Trab und dann ein Galopp. Und Bremsen ist einfach nur mal ziehen, beide ziehen. Ja. Und wenn du halt links ziehst, dann gehst du halt links, rechts, rechts, alles klar. Würde ich jetzt auch so sehen. Und wenn wir beide als verständige, technisch kultivierte Menschen das so lesen, wie man eine Kutsche bedient, würde ich sagen, ist das genau so. Und wenn wir auf die Schona-Schlucht hinreiten sollten, beziehungsweise später dann, wie heißt sie dann? Clayton-Schlucht. Clayton-Schlucht, Clara. Clara, Clayton. Dann uns so gefährlich wird, dann können wir durch den Wagen hinten durch. Meist gibt es ja so Klapp-Roll-irgendwas-Treppen. Und versuchen uns dann, wie im Wildwesten, so langsam, wie der Knight Rider aus dem LKW hinten raus. Ich würde ja auch sagen, langsam und stetig kommen wir da zum nächsten Bahnhof. Ja. Finde ich gut. Und dann, ja, wo ist das? Das ist Rumänien. Rumänien, ja, Karpaten, Moldawien, sowas. Da gibt es ja, glaube ich, ein EC, den können wir für 50 Euro nehmen. Ja. Ich habe ja Bahncard. Ja. Und dann genießen wir schön im Restaurant. Sehr lustig, ich bin gestern ein EC gefahren, beziehungsweise IC stand dran. Es war eigentlich ein EC, einer, der halt irgendwie nach Polen, Tschechien und sonst was fährt. In Polen, in Tschechien, in Rumänien gibt es im Zug für alle Klassen unbegänzt Internet. Internet, wenn du in Deutschland bist, zweite Klasse, 200 Mbit, das war's. Ich wurde, glaube ich, in einer halben Stunde gesperrt, weil ich irgendwie ein Video geguckt habe oder so. Da dachte ich so, ach geil. Und dann kam halt die Info, überall ist geil, außer in Deutschland, weil da, wir sind ja auf Platz 770 oder was bei Internetabdeckung. Ja, das ist hinter Afghanistan oder so. Ja, ja. Aber 5G-Ausbau, jetzt kommt's. Ja, jetzt wird's was in Berlin und Hamburg. Ja. Der Rest. Ja, gut, in diesem Sinne, solange ihr noch Internet habt, könnt ihr uns zuhören. Genau, findest du mit Dirk und Klaus, findest du at gmail.com, auf YouTube, nicht auf Spotify, auf allen Stitcher-Stitcher-Apps, die es gibt. At findest du pod? Ja. Findest du.de, pod.de, com, Klaus und at Dirk. Ja. Klaus und at Dirk. Die Glocke abonnieren, nicht vergessen. Ja. Miss Densen. Oh, du Schatz.